Ich gebe jetzt die Rückspiele des Champions-Viertelfinals und es geht los mit Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. Für mich als Dortmund-Fan natürlich das wichtigste Spiel und ich glaube auch, dass da für uns was gehen könnte, weil Dortmund schon jetzt öfter mal in der Champions League bewiesen hat, dass man zu Hause gut spielen kann. Das Hinspiel war zwar echt teilweise katastrophal, aber hatte auch gute Phasen dabei, wo man halt fast noch am Ende den Ausgleich gemacht hat. Deswegen glaube ich wohl noch, dass man hier wirklich sehr motiviert ist. Vor allem in der Champions League hat man ja auch gezeigt, dass man echt motiviert ist diese Saison. Und ich glaube, dass man sich in die Verlängerung retten kann. Ich sage, es wird ein 2-1 und dann in der Verlängerung macht Dortmund das 3-1 und kommt damit weiter. Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Barca hat ja schon das Hinspiel gewonnen mit 3-2 und ich glaube, hier im Rückspiel wird sich da jetzt nichts dran ändern. Ich glaube, es wird ein Unentschieden geben, aber es wird ja für Barcelona natürlich trotzdem reichen. Ich glaube, das wird ein 1-1. Bayern gegen Arsenal. Bayern in der aktuellen nicht so guten Form. Hinspiel zwar 2-2, das war in der letzten Zeit noch das beste Spiel, aber jetzt nur mit einem knappen Sieg gegen den 1. FC Köln. Davor in der Bundesliga zwei Niederlagen, also aktuell eher nicht so gut. Und trotzdem in der Champions League zeigen die Bayern schon öfter, dass sie wirklich gut spielen. Und Arsenal sehe ich jetzt gar nicht mal so stark, vor allem, weil sie halt im Hinspiel auch in Phasen nicht so gut gespielt haben, obwohl die Bayern nicht so stark waren. Deswegen glaube ich, Bayern gewinnt hier mit einem 2-1. City gegen Real. Das Hinspiel war ja schon wirklich richtig geil. 3-3 ist es ausgegangen, war ein absolutes Topspiel, Traumtore dabei. Und ich glaube, hier könnte es ähnlich werden. Ich glaube, beide Mannschaften sind hier auf Augenhöhe. Ich sage, das wird ein 2-2 nach regulärer Spielzeit. Dann geht es in die Verlängerung, bleibt beim 2-2 und dann im Elfmeterschießen entscheidet sich. Und hier würde ich dann einfach auf Real Madrid tippen, die damit im Halbfinale wären. So, das war's mit der Dioponose. Ich sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin. Ciao. Ciao.